Vielleicht kommen ja doch da vorbei. Ne, ne, es ist ganz woanders. Ach so. Aber egal, wir machen erstmal die Säge-Ding mit. Dann wären wir hingegangen, denn dann zu deiner. Ne, das liegt doch nicht. Wenn das woanders ist. Das ist unten im Süden. Ach so. Ah, naja gut. Die Landzone ist zwar nicht die beste für die Quest, die du machen musst, aber dafür sicherer als die andere. Die andere liegt in so einem Talkessel. Da kann ich da oben sitzen und ruhig runterschießen. Ey, du Hässlern. Ja, das frage meine Munition für deine Larve. Hä, die Munition gehen wir verloren? Wiss ich. Warte mal. Ich bin gleich da gekommen. Es zuckt wie wir jetzt hier, außer unten. Tatsache, Munition geht raus. Ich hab die Patronen immer noch hier. An meinem Knie hängt die Patronen ab. Alter. Was ist da los? Also, warte mal mal die Waffe mal wegpacken. Du bist hässlich in die Nacht, Junge. Was zum Teufel. Ich schieb deinen faulichen Arsch auf die Sitzbank. Ja, genau. Ich muss dort den Boss erschießen. Das ist auch nicht so schlimm. Boah. Also, du bleibst dann oben oder in deinem Ausgub oder versteckst dich. Und ich muss da unten ein paar Schiff machen. Solange bis ich den hässlichen Boss erschossen habe. Sieht aus. Hat ja auch welche Merkmale. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich alles erschieße, sollte er da ja dabei sein. Eigentlich ja. Aber ich würde ja auch gerne einen erschießen, oder? Ja. Ja, da ich auch nicht weiß, wie er aussieht. Ja, wird schön ausschliessen wie ein Boss. Nicht so viel. Äh, du. Siehst du nicht. Ich weiß es nicht. Die anderen sahen auf der Shooting Range, dass er auch was. Die alle am Impuls, dass er halt blaue Klamotten hatte oder sowas. Und der andere in der Stadt, der hat ja ein rotes... Ja, das Ruhlparett, genau. Ein rotes Parett, ja. Und du weißt ja auch nicht. Wenn du es nicht weißt, dass es der Boss ist, denkst du? Naja. Es steht ja in der Richtung. Es ist halt, was? Stand drin? Ja. Achso. Ah ja, da ja. Aber jetzt, hier steht das nicht drin. Glaub ich. Ja, es hässlich steht da bloß schon. Ja, es hässlich und heißt Benji, Alter. Lass mich hier sein. Das sollte schwer... Ach, nicht schwer zu finden sein. Das ist super geil. Das ist der Most Expensive hier. Oh, it's zang. Always love these boys. Achso. Mit dem Most Expensive. Was soll man das bei diesen Idioten hier bedeutet, Alter? Da ist ja schon ein reicher Mann, wenn du einen Schlüpper leisten kannst. Ja. Scheiße, die goldene Wur, oder was? Hm. Ich knall einfach alles ab, weil... Was soll ich mir hier die Leute angucken, Alter? Muss ich ja sowieso machen. Ja. Go, go, go! Go, go, go! Komm, wir müssen erst mal hier rüber. Oh, wie er wegfliegt. Wie bei Predator, Alter. Die werden ja auch weg... Die werden ja auch abgesetzt. Und dann hörst du noch Noobschrauber wegfliegen. Und dann Dschungelgeräusche. So, die Frage ist nur... Kommen wir hier... Ja. Ja. Würd ich was sagen. Ja. Oh, hier felsenmassiv. Oh, den Schläger, Alter. Du kannst dich killen, wenn du willst. Alter. Jetzt. Das Milchfuss hat er gebraucht, ja. Aha. Er ist keine 7 in 1 gewesen. Da schießt der Nächste. Vor uns 7 in 1, ein Schuss, Pufftot. Naja, musst du dir nicht verspenden. Nö. Der Biest hat das 7 in 1 gar nicht. Ja, ja. Ist der dumm. Der ist richtig dumm. Der hat wahrscheinlich genug Geld für Munition. Den haben sie ins Horn geschissen. Das bringt doch nichts hier zu schießen. Ja, gut. Musst du verstehen, wenn du den ganzen Tag da zwischen den blöden Holzkräumen rumstehst. Ach, ein Blödes, ja. Wirst du auch irgendwann dumm. Ja. Wie Holz. Wie Holz. Ach, hier. So, da oben ist das Zell. Ach, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Ich dachte, von rechts kommt irgendein Spieler ins Bild verlaufen. Oh, oh, oh. Alter. Du bist aufgeregt. Ich seh schon. Ja. Das war nicht das erste Mal, dass ich hier alles erschieße, aber... Das ist jedes Mal wieder... Ey, jetzt hör auf hier, um ja meine Leute abzuknallen und die zu rebellisch zu machen, du Idiot. Boah. Oh, Mann. Er hat mich sogar... Er hat mich sogar getroffen, ne? Warum machst du das, Alter? Jetzt ist doch getriggert direkt. Oh, ey. Danke, Play. Er ist echt... Geh hier zu deiner Scheiße, Mann. Ich bin ähnlich mit dir. Mann. Jetzt hast du... Was soll man dazu sagen, Alter? Ja. Eine halbe Stunde. Die pushen doch. Ich bin ganz da hinten, glaube ich nicht. Das war ziemlich weit. Mann, jetzt kann ich hier nicht mal runterlaufen. Das ist der einzige Weg gewesen, Alter. Die begrüßen sich gleich wieder. Ich mach mal bald meine Scheiße alleine hier, Mann. Was soll denn das immer nur am Eindruck? Ja, solche Missionen kannst du dann auch alleine machen. Was soll ich da mit, wenn ich nirgends wohl schießen soll? Na, du... Du hast doch deine Mission gehabt hier, oder nicht? Ja. Du bist doch nicht nur wegen mir jetzt hier. Und ich hab gesagt, keine erschießen, weil nachher ist es der Boss, den erschießt. Dann bin ich umsonst hier gewesen. Ja, da stand ja unten, hatte ich gesucht. Leider nicht gefunden. Der schießt ja noch ein Spiel, sag mal. Irgendwas hört noch, ja. Dann bin ich weiter wegs. Der wird nicht. Ich bin weiter wegs. Der wird nicht. Da steht ein Gabelstab und da dahinter steht er. Mhm. Pass mal auf, ob du den Spieler irgendwo siehst. Ja, ich muss gucken. Ja. 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 Da unten bist du, du guckst genau auf ihn drauf. Was? Du guckst genau, stehst du neben der Holzstabel? Ne, ich sitze im Gebüsch zwischen zwei Beinen. Dann sitzt du unten vor den Hütten auf deinem großen Holzstabel. Es steht unter einer. Der hat eine AK. Der sieht recht gut aus. Hat auch ein Helmer. Schaut, dass ich nicht markieren kann. Das ist ja vor dem Bagger, der Holzstabel. Mhm. Direkt links daneben steht er. Die mich offen. Die meckern hier oben auch immer. Wie sieht er jetzt? Da ist er. Da ist er. Was sind dann noch Richtung? Denke ich mal. Ja, da bin ich wieder. Ja, das war genau. Und davor steht der Bagger. Und hinter dem Bagger ist unter einer. Links der Holzstabel. Da war ich da genau. Da kommt noch einer. Ne, rechts neben dem Holzstabel. Ne, rechts neben dem Holzstabel. Da kommt das vorgerannt. Das ist ja dort, wo der andere war. Da kommt der Bagger. Ja. Das sieht gut gegiert aus. Da wird der Erste war. Ja, ist noch einer. Da wird der Erste war. Jawoll. Jetzt kommt, äh, Warte ich, blute. Warte ich, blute. Weiter rechts ist er einer. Warte ich, blute. Warte ich, blute. Oh, das ist nicht gut. Oh, da kommt zwei. Oh, das war der Post. Du kannst alles erschießen. Okay. Oh, ich bin tot, Alter. Ach nein. Nein. Warte ich. Von, von, ähm, von so einem Affen. Ah. Stehst du im Wasser? Ne. Ne. Da ist noch ein Gegner unten. Oh. Nein. 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 Da unten ist er, ja? Nein. Haltet die Schnauzen. Ab, ab, ab. Ne, einer schießt da noch auf mich. Noch einer? Ja. Uh. Ich wüsste wohl. Ich wüsste es auch nicht. Oh, ich darf nicht verrecken, Alter. Oh. Ne. Das ist der dritte M4 weg heute. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich wüsste ruhig herkommen. Oh, ich fähig hin. Oh, ich fähig hin. Oh, du. Oh, Alter. Weh mal getroffen, der hat mein... Oh, der Idiot, Alter. Der hat mich empfindlich getroffen, Alter. Wo lieg ich denn? Hä, ist meine Leiche weg? Oh, ich bin verreckt, Alter. Was? Ich bin im Koma. Mein... Ey, ich hab übelst Blut verloren. Was war denn jetzt? Was ist denn da los? Keine Ahnung. Ey, das kann doch nicht sein, Alter. Wieso Blut hab ich denn verloren? Boah, Alter. So ein Wichser, Alter. Sie schießt wieder wie die Götter. Das ist ein dummes Schwein, Alter. Ja, da muss ich noch mal hinkommen. Bist du tot? Ich bin noch nicht. Direkt oben auf dem Berg, relativ safe. Da kommt keiner hin, aber... Ich muss erstmal hochkommen. Mhm. Mhm. Da muss wein, Alter. Oh, du... Ich hab hier getroffen. Ja. ından... Ja.